Freunde, zum Start von Season 13 hat die Devotion einen ziemlich krassen Nerf bekommen und jetzt kommt dementsprechend das Video dazu. Und eins kann ich euch sagen, logischerweise mit dem Tobolader und wenn ihr gutes Aim habt und wirklich konstantes Aim habt, dann ist die Devotion immer noch wirklich eine richtig gute Waffe, aber der Nerf macht sich schon bemerkbar und generell ist es auch nicht allzu leicht, alle Attachments relativ schnell für die Devotion immer zu bekommen. Wie gesagt, vor allem die Tobolader ist wirklich super wichtig. Ab und zu kommt der Tobolader aber in den Replicator rein und dann lohnt es sich wirklich die Devotion aufzuheben, weil sie kann richtig was. Freunde, ich habe euch zwei richtig geile Gameplays dazu gedroppt, würde mich mega freuen, wenn ihr abonnieren würdet. Es ist völlig kostenlos, es schützt mich, wir haben Bock auf Playstation, unten ist der Twitch, den ihr verlinkt. Leute, ich halte meine scheiß Schnauze, ich wünsche euch richtig viel Spaß bei den Gameplays. Gegner bei mir? Gegner bei mir? 75? Einer nockt. Beide tot. Spalten nach oben machen. Knopf. Dann können wir jetzt nicht... Da ist noch jemand, da ist noch jemand, da ist noch jemand, die einen sind weggedipst. Dann werden wir den unten nicht finishen. Hier 64, achso ist er nicht gefinished? Ne. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Lade von vor mir. Unten rechts. Vor mir, vor mir, vor mir. Zip, crack. Zip rein. Ach, Mann, digger. Unten. Ja. 41. Cracked. Oh, die ist fast knocked, Alter. Ja, zweimal. Chair, Vakery. Das war's dann auch mit dir, ne? Ganz unten, ganz unten, ganz unten. Noch deiner? Ja, beide noch. Schönes Ding. Stark gemacht. Oh, let's go, Alter. Wir hatten einen 3-0-1. Naja, ich will die Dinge weiter spielen. Hier um, hier um, hier um, hier um, hier um. 60. Cracked. Mann, ich bin leider runtergefallen. Mann, die hat nichts mehr. Oben ist doch jemand, pass auf. Kannst du runter? Ja. Also, zwei neue oben plus ne Valkyrie hier irgendwo. Na, ich frage mich, ob ich die wirklich brauche. Ja, mach, mach, mach. Ich bin runter, aber... Okay. Und, ne? Ja, genau. Ja, die wollen finishen. Okay. Ja, die wollen finishen. Ja, die wollen. structures. Oh, die. Ich weiß jetzt das hier irgendwo noch der Pathfinder ist Ich lege dir hier zwei Medikits hin und du kannst hier looten und ich habe ein Hitzeschild Das kriegen wir hin Vorne rechts ist eine rote Käse, da gibt es ein rotes Schild, ich komme aber mit dir mit Guck mal hier, zack, durchatmen, hier ist ein Hitzeschild Ist aber langsam, aber macht jetzt schon Schaden Du musst dich ein bisschen beeilen Nee, schaffst du nicht Nee, du hast verkacken Ja, ist heil Ah, Digga, Mann Damit könntest du es schaffen Also, Jutz, den picke ich nicht nochmal Was? Bro, was? Nee, nein, das glaube ich nicht Das war ein Headshot Die kommen gleich mit Sprungkissen Gleich kommen sie auf die Idee, dich zu pushen Das war gerade ein Headshot bei dem, oder? Die 140, ich habe mir vorher eine 112 gegeben Muss, ja Passier dich nicht zu sehr auf den einen Jetzt Jetzt pushen die dich links Oh, mein Gott, Alter Oh, let's go Ja, alles da, ist alles aufgenommen Okay, okay Hätte ich jetzt die Aufnahme nicht angehabt Ich wäre ausgerastet Ich war auch dabei Ich habe sie gestackt, ich habe sie gestackt Knocked Lifeline Kein Thema, Digga, die war schon regelt Eigentlich war es besser Ich habe einen Lian gehabt, aber halt auf der Auch nicht, nein, da brauche ich ihn nicht Oh, Digga Ey, ich fick dich, Alter Oh, ein nicer Purple Barrel, Alter Halt die Fresse Ey, Digga, das wäre jetzt die Runde gewesen Team, nächstes Team Portal, wollen wir das Portal nehmen? Portal? Hinter dem, hinter dem Portal Ich komme nicht rein Perfekt Ich sage jetzt nicht, warum wir jetzt verloren haben Zum Glück kenne ich dich nicht im Real Life Ach, Mann, Alter, das ist so ein geiles Video geworden Er ist lila, er ist lüla Hä, der ist hier noch hier drin, achso Nach rechts, tschüss, Seiner Ich muss nicht sterben, was ist denn du hier noch? Hier bei mir Das ich anfange zu weinen, Jörg Oh, ich bin zu tot Alter, bin ich tot Wo sind wir? Wo sind wir? Kann ich dir gar nicht sagen Irgendwo Westen War bei uns dran, Gino? Dann war das eine ziemlich blöde Idee von ihr Nockt Einer push dran, unten Ja Das ist jetzt 3 gegen 2 Sollten wir so irgendwie easy haben Denker, wie sie mit der Treppe gespielt hat, ey Fick dich, ey Alles gut Der letzte kommt, der letzte kommt Hab ihm Cracked Also wirklich gut gegeben Oh, peasy, peasy, peasy Okay Cracked Und wo außen war gerade noch jemand Geht nach oben, ist nach oben gegangen Pass, dann müssen wir gleich oben sein, dummer Ich heil mich kurz Ohne Schild Cracked 45 nochmal gegeben, der dürfte nichts mehr haben Das läuft immer ziemlich gut Ist down, Gino, Dominik? Ja, schön Down Vor mir ist die Lifeline Ich puste gerade unten rein, ich brauch noch ein bisschen Weiter down Den letztes von mir Und tot Keiner knocked Keiner knocked She is cracked Der rechte Ich seh hier kein rechts Hier 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 Da ist keiner Oder Ne, da ist keiner Ich finish die mal So, weg damit Ah, hab ich dich richtig gesehen Hab ich dich richtig gesehen Yes sir Let's go Let's go Letzte team Kriegt man die aus dem, mit dem Shop? Ne, 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 aber der muss offen sein, glaube ich auch, ne? Oh, ne, du kannst du die rausnehmen Ja, moin Ich hab den rausgenommen Neu Naja, die haben sich ja gut einbarrikadiert barrikadiert das wird jetzt richtig schwer werden einer bisschen was gegeben gute wochen domeniks und wir müssen auch nicht kommen und wenn ich dann gehen wir erst mal runter rein wenn du jetzt nach oben die ulti machen kannst du machst du sofort nach oben ein crack der war es nicht der ist noch ein auch auch fast noch der eine noch der schönes ding jungs geile runde let's fucking go digga das war nicht die wo ich sie haben will ja die wochen ja die kann was